Ja, hallo und willkommen meine Freunde zu Let's Play Nintendo 64 Spiele. Mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, aber egal. So, ich habe hier schon mal ein bisschen rumprobiert und ich habe auch schon eine Aufnahme gestartet gehabt, aber die ganze Aufnahme ist leider irgendwie kaputt und deswegen kann ich alles normal machen und das ist auch der Grund, warum ich schon 14.000 Geld, Gold, was auch immer, habe und ja. Ja, die Steuerung ist etwas sehr tricky, dass, ähm, gut. Wer das Spiel schon mal gespielt hat damals, wird das vielleicht damals auch schon mitbekommen haben, also es ist manchmal nicht so ganz einfach, um diese Kurven rumzukommen. Aber wir werden das jetzt einfach mal starten und, ja, mal gucken, wie wir abschneiden. Natürlich ist es jetzt gegen drei Computer fahren, aber gut. So, wie man sieht, ich habe dreimal, ja, hier habe ich dreimal den zweiten Platz gemacht und hier habe ich den vierten Platz belegt, weil da ging das gar nicht. Gut. Ich weiß gar nicht, sieht man hier eigentlich... eigentlich auch die, ja, man sieht die, glaube ich, ja, doch, irgendwo sieht man das, alles klar, da sieht man es auch. Gut, äh, wir fangen einfach nochmal die Karte von neu an. Ich habe gerade nur was eben geguckt. Also, starten wir nochmal mit der ersten Karte und gucken, wie wir jetzt durch die ganze Scheiße durchkommen. Ich bin jetzt mal bei dem Board hier, weil das einfach am besten geht. Juhu, da sind wir! Hey, Kickstart! Und natürlich kein Stückchen Geld gekriegt, dass ich mal irgendwie... Also, das ist eine Frechheit. Ja, und ein Sprung gemacht und... Zack! Einmal ein Geist auf den Kopf gesetzt. Huch! Ein paar Dabdags! Oh ja, was macht er denn schon? Also, wie gesagt, die Steuerung ist nicht so ganz einfach. Mir tut auch schon richtig der Daumen weh. So, bevor ihr euch hier alle prügelt, ja, lasst mich mal durch. So, weiter geht's in der lustigen Welt des Snowboards. So, ich bin ja blank hier. Ich habe keinen Knete mehr. Das muss man mal ändern. So, den werden wir mal gleich außer Gefecht setzen. Ah, und immer wieder macht er gleich wieder so einen Scheiß. Hätte ich getroffen. So, dann geht's erstmal in die Luft. Ah, geh doch um die Kurve, du dämliche Zieh! Ach, den da hinten haben wir auch getroffen, ne? Ja, das ist... Manchmal ist es echt. Also, gegen Computerfahren ist echt scheiße. Dann kannst du machen, was du willst. Ha, da haben wir nochmal der Tellermine in ein Schlipchen geschlagen. Ach, zu spät abgesprungen. So, die kriegen jetzt auch erstmal noch kommen. Man kann auch leider nicht abbremsen oder so. Das ist ja... Alles ein bisschen blöd. So, weiter geht's. Oh, Dreck, Säue! Das ist ein Grund, erstmal einen hier mit einem Eisklotz zu schießen. So, du wolltest den wohl haben, war das? Kannst du dir aber von der Backe streichen, mein Freund. Oh, nee! Ja, ich weiß, dass ich verkehrt bin. Okay, und verschießen wir denn gleich. Das war ja... Das ging ganz gut. Dickel, dickel, dickel. Ach, das ist doch nicht zu fassen. Ah, da macht die Drecke-Sau sich auch noch unsichtbar. Leck mich doch am Arsch. Ach, guck dir das an. Schön mit dem Propeller dran vorbeige... Aber das bringt euch alles nix, Freunde. Langsam habe ich den Dreh da raus, muss ich sagen. Aber, das ist doch schon... Ah, das ist doch wohl nicht zu fassen! Ja, klasse. Das ist natürlich... Also, wie gesagt, vorhin war ich zweiter, wie man gesehen hat. Und diesmal lief das nicht ganz so gut. Hey! Aber da machst du nix! Da machst du einfach nix! So, weiter geht's. Big Snowman! Das ist natürlich eine scheiß... Scheiß Bahn, aber... Was willst du machen? So, ich mach die ersten drei und die nächsten drei gibt's dann in der nächsten Aufnahme. Oh, das war nicht gut hier. Lass mir noch ein paar Talers über. Ja, dankeschön. Noch misch ich vorne mit. Mal gucken, wie lange... Oh, ich bin erst, da guckte ich nicht. Nicht mehr lange, was denn? Pff! Ha, ha, ha! Hauptsache erst mal eine will. Okay. Okay, ich hab' keine Knete. Was machen die da vorne? Hm, nix. So, Concentration. Der dicke Tommi ist natürlich erst, aber war ja klar. Jetzt krieg ich gleich irgendwas auf den Kopf. Ich seh' da schon. Hier darfst du natürlich jetzt... Oh, Gott! Ich seh' nix. So. Ich hab' der Propeller jetzt immer gar nichts gebracht. Nein! So. Halt! Ah, scheiße. Zack! Schießt ja mit Schneemännern um sich. Das hat's gebracht. Echt. Huch! Ja, klasse! Arschgeigen! Hihi, da fährt ein Schneemann. Ach, kacken! Ah, Fettsack dringelt sich auch noch da mit rein. Ich hab' natürlich jetzt umgekehrt. Ich hab' nicht zu schießen hier. Aber, mein Gott. Ah, kacken. So, mal gucken. Lass mir auch noch mal ne Kiste über hier. So, zwei... Ah, Mann! Warum macht der gleich immer so'n Scheiß... Ja, klasse! Ach, ist das schön! Das war aber knapp. Ja, hier brauchst du gar nicht erst anfangen mit dem Propeller. Oh! Oh! Nein! Oh Gott! Nein! Schön die Aussicht genießen. Ich bin nicht so schlecht, jetzt. Ja! Fine! Aber alles ist doch drin. Kann man ja so sagen, ne? Ach, kacken, ey! Oh! Wo ist er denn? Ach, Scheiße! Naja, Zweiter. Kann ich eigentlich schon... Ich glaube nicht, ne? Welcome. Level 2 kostet... 11.000. Ja, ich habe Board Level 2. Schön. Er kann jetzt noch die Farbe einstellen. So. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das... ...was das bringt. Level 2 Board habe ich. Das ist ja auch schön. Oh. Kackt die Wand an. Das ist natürlich jetzt schon scheiße. Weil ich jetzt hier gar nichts kriege. Aber ich... ... bin mir erst mal froh, dass ich hier... Alter, das gibt's doch gar nicht. Pinguine. Nein, lass mich hier in Ruhe. Das hast du dir so gedacht. Das hast du dir so gedacht. So, jetzt kommt hier... ... das ist doch letztlich ein bisschen besser lenken, muss ich sagen. Ach, scheiße. Ach, das war so auch nicht geplant. da schießt schon wieder irgendeiner mit Schneemännern, als wenn hier nicht schon genug Schneemänner rumdüsen. ... ... ... ... ... ... ... Oh, das war aber knappi. Oh, das war aber knappi. Oh, ho, ho, ho. Ah. Oh, das war aber noch knappiger hier. Nix zum Schießen und jetzt fährt er natürlich genau dagegen. So. Das hier ist so ne richtig Scheißstrecke. Da. Und dann auch noch drei Runden, weißt du? Und dann auch noch drei Runden, weißt du? Ach. Aber immer krieg ich den Sprung noch nicht. Ist ja fabulös. Nein! Oh, f... ... fucking. So ein Trick, den ich ja früher mal gemacht habe. Und wenn ich den... ... vielleicht nochmal... ... wenn ich dazu komme, dann mach ich den dann noch. ... ... ... ... ... ... Oh Gott Oh ja, genau Ah, und mit Volldampf Oh, das war knapp Oh, ich bin erster, verdammter Axt Mal schnell Ein bisschen Kohleranscheffeln hier Yeah, huhu Ja, das war knapp Ein bisschen vom Wege abbekommen Nein, ah, nichts Klappt hier Ah, da war ein Stein Da, guck dir das an Jetzt bin ich Jetzt schießt die schon wieder mit Schneemännerchens Und ich krieg nichts zum Schießen Ah, ich bin zweiter Äh, erster Zweite Runde, meine ich Das wird nichts Das ist hier natürlich echt scheiße Kommen die alle nichts mehr zum Ballern hier oder was ist los? So, jetzt aber Das Sport hier geht ein bisschen besser zu steuern Oder kommt mir vielleicht auch nur so vor Keine Ahnung Kann ja auch alles Ah, mit Karacho gegen den Stein Jawohl Und nochmal Und am besten nochmal Jetzt bin ich nicht zum Vierter Hier klappt auch nischt, ne? Ah, scheiß Dreck Das ist immer so Nein! Ah, diese scheiß Kuh, ey Das ist nicht wahr, ist das nicht Gucken, ob ich das mit der Stange hier nochmal schaffe Glaube nicht Ah, kacke Ah! Scheiße Oh, es ist Da fällt dir nichts mehr zu ein Nein Oh, ich bin ein Stein Die alten Säue Ich wusste nicht, wie wir den haben Das war so scheiße wieder Vielleicht werde ich tatsächlich noch Vollspeed! Yeah! Nein! Oh, kacke Auf ein Ziel geflogen Ich kann ja nichts dazu sagen, ne? Also Schlecht war das nur nicht Ah, scheiße So, das war schon die dritte Dann würde ich sagen Geht's dann in der nächsten Aufnahme Mit der vierten weiter Natürlich bleibt das dieselbe Aufnahme Aber Erst in der nächsten Aufnahme geht's weiter Also, bis dahin Tschüss! Tschüss!